Ab Mitte 2003 sind die Loks wieder betriebsbereit. Neu ist auch die Farbgebung, die gleichzeitig für das Unternehmen Infraleuna wirbt. Völlig umgestaltet ist der Führertisch. Moderne Technik in einer alten Lokomotive. Herzstück sind aber die neuen Caterpillar-Motoren mit zweimal 1500 Pferdestärken. Die Leistungssteigerung erinnert an 118 405, die 1978 auf 3000 PS mit Motoren aus Berlin-Johannistal aufgerüstet, später aber wieder zurückgebaut wurde. Der Leiter der Anschlussbahn von Infraleuna, Matthias Schrecker, kennt die Geschichte seiner VN 180 genau. Wo sie so alt ist, ist sie ja wiederum zu einem zweiten Leben erweckt worden. Anfang der Jahre 2002, 2003 ist die Lokomotive grundlegend modernisiert worden. Und auf die heutigen Ansprüche aufgearbeitet wurden. Und fährt heute noch ganz regelmäßig bei uns im Leistungsverkehr auf den Strecken der DB, aber auch im Übergabeverkehr zwischen unserem Standort und dem Bahnhof Großkorpeda. Und sie erfüllt dabei täglich ihre Aufgaben ohne jegliche Beinstandung. Trotz der Fahrzeugneuanschaffungen bei Infraleuna sind die beiden Reko V 180 unverzichtbar. Die Modernisierung hat immerhin 1,5 Millionen Euro pro Lok gekostet. Matthias Schrecker kennt den Umfang. Die Innereien der Lokomotive wurden vom Grundsatz her komplett erneuert. Neue Motoren aufgebaut. Die Leistungselektronik wurde neu aufgebaut. Die Getriebe wurden geändert. All diese Dinge, um aus einer alten Lokomotive, die ja in ihrer Leistungsfähigkeit auch anders ausgelegt war, ursprünglich, als sie heute in der Leistungsfähigkeit bestimmt ist, auf diesen Stand zu bringen. Die Modernisierung scheint gelungen. Alles, was heute für den Betrieb notwendig ist, gehört zur Ausrüstung. Lok 205 rangiert vor die nächste Übergabe. Lokführer Silvius Sturm hat nicht das Gefühl, eine Museums-Lok zu steuern. Das große Handrad für die Fahrstufen ist durch einen Joystick ersetzt. Das ist alles das Neumodische oder Teilregenerierte. Ja, das ist hier, das fürs Gas, das ist die Zugbremse, das ist die Lokbremse. Ist halt ein bisschen einfacher. Also die Fahrstufen brauchen Sie jetzt nicht mehr einzeln zum Stück? Das kann ich hier mit diesem kleinen Joystick. Das sind wir nach vorne und nach hinten. Die nächsten Jahre sind für die beiden Reko V180 von Infraleuna gesichert. Wir setzen weiterhin auf diese Lokomotiven, weil sie hat in den letzten Jahren ihre Zuverlässigkeit bewiesen und ihre Leistungsfähigkeit. Und wir haben daher keinen unmittelbaren Anlass, da irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Die Übergabe ist fertig und darf jetzt abfahren. Beinahe schon leichtfüßig wird der Zug in Fahrt gebracht. Immerhin 3000 PS stehen zur Verfügung. Äußerlich kommt die Maschine eher als Werbelok daher. Trotzdem bleibt und ist sie die Dicke aus Babelsberg. und wird aber nach hinten drauf sein.